Wir zeigen dir heute, wie du ganz einfach zum BWIN Willkommensbonus kommst. Gehe dazu auf wett-bonus.com und klicke auf den kleinen Pfeil in dem Wettbonusvergleich. Wähle das BWIN Logo. Du kommst nun auf unsere Seite des Wettbonusvergleichs. Hier kannst du nochmals detailliert alle Infos zum Willkommensbonus nachlesen. Strolle nun auf dieser Seite runter und wähle einen der grünen Buttons aus. Dieser führt dich direkt zur Seite des Bookies. Auf der Homepage des Bookies angekommen, klicke auf Jetzt registrieren. Nach Eingabe deiner Daten in drei Schritten kommst du im letzten Sheet zu Mein Konto erstellen. Nun geht es zur Einzahlung. Hier kannst du eine beliebige Einzahlungsmethode auswählen. Wir wollen dir den Einzahlungsvorgang nun mit dem Bezahlen per PaySafeCard vorzeigen. Wähle einen Mindestbetrag von 10 Euro aus, damit du den Bonus in Anspruch nehmen kannst. Hier kannst du auch sehen, dass du für den exklusiven Bonus qualifiziert bist. Mit einem Klick auf Einzahlen kommst du zur PIN-Code-Eingabe der PaySafeCard. Akzeptiere die AGBs und klicke auf Bezahlen. Du siehst nun automatisch die Verdoppelung deiner Einzahlung. Unter Mein Konto findest du Ein- und Auszahlung, meine Wetten und aktuelle Boni. Klicke darauf und dein Willkommensbonus wird dir genauer gezeigt. Im nächsten Schritt kannst du deine Wette platzieren. Wähle, um den Bonus geltend zu machen, Wetten mit der Mindestquote von 1,70 aus. Mit dem Klick auf Wette abschließen hast du deine Wette geltend gemacht. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen B-Wing-Sportwetten.